Heute erkläre ich euch den Verflüssigenfilter. Herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video aus meiner Reihe Photoshop für Anfänger. Heutiges Thema ist das Thema Verflüssigen. Und zwar, da hat man ja schon viel mitgekriegt, das ist das, was die meisten Leute oder einer der wichtigsten oder stärksten Filter in Photoshop. Und zwar ist es nicht ein Filter, wie man von Instagram oder so kennt, den man einfach drüberlegt und einen Bildlook macht, sondern im Grunde ist es ein eigenes kleines Programm, implantiert in Photoshop, mit dem ich Dinge im Bild verschieben kann und anpassen kann. Ich habe heute extra mal ein Bild rausgesucht von der Conce, weil wenn man das mit Menschen macht, dann kann das durchaus einen Fadenbeigeschmack haben. Deswegen immer vorsichtig sein mit dem Verflüssigenfilter, nicht zu viel machen und Bedacht anwenden. Damit wir die Hintergrundebene nicht verändern und damit wir später möglicherweise auf ein Ursprungsbild zurückkommen, dupliziere ich einmal mit STRG-J die Hintergrundebene und gehe dann über Filter, Verflüssigen in den Verflüssigen Dialog. Das ist ein neues Fenster, wie gesagt, das geht dann auf und sieht aus wie ein kleines Zusatzprogramm einfach. Hier links haben wir unsere Werkzeugleiste, wie in Photoshop auch und rechts haben wir die Dinge, die wir einstellen können. Wenn ihr das das erste Mal aufmacht, kann das sein, dass das bei euch so ausschaut. Das ist der einfache Modus. Ich empfehle den erweiterten Modus. Da kann man doch etwas genauer die Pinseloptionen und die Maskenoptionen einstellen und ist dann doch etwas einfacher, um das Ganze zu überblicken, beziehungsweise nicht vielleicht einfacher, aber genauer. Dann erkläre ich euch ganz kurz, was man damit machen kann. Und wie gesagt, mit dem verflüssigen Filter oder mit dem verflüssigen Dialog kann ich Pixel in einem Bild hin und her verschieben. Je nachdem, wie hier die Einstellungen sind, wird das entsprechende Werkzeug anders von der Stärke oder von der Intensität eingeseitert. Ich fange an mit dem Mitziehen-Werkzeug. Das hieß früher mal Vorwärtsgrümmen, nur damit ihr, falls ihr ein anderes Tutorial mal seht, ein älteres von irgendwem, damit ihr wisst, was da gemeint ist. Mitziehen-Werkzeug. Und im Grunde zeigt es, also sagt der Name schon genau das, was es macht. Es nimmt Pixel und zieht die mit. Ich würde auch sagen, man kann auch, also Vorwärtsgrümmen ist vielleicht ein bisschen blöder Begriff, aber nach vorne schieben wäre im Grunde auch ganz gut. Ich habe ja von der Pinselgröße jetzt mal 116. Die kann man auch mit der Alt-Taste und rechts, links kann man die Größe einfach ändern. Die Dichte ist dann quasi, welcher Bereich benutzt wird und der Druck ist, wie stark diese Pinsel angewendet wird. Ich mache es mal auf 100 Prozent oder Druck auf 100, um zu zeigen, was passiert. Wenn ich hier ansetze, ich habe hier ein Grafiktablett und habe da wie so einen Stift, setze das an und ziehe einfach rüber. Dann kann ich hier die Pixel einfach verschieben, wie man sieht. Ich mache es etwas schneller, größer, dann sieht das natürlich sehr unschön aus und auch unecht, aber das ist eigentlich auch nicht das, was man mit dem Werkzeug macht. Ich delle mal alles wieder hier zurück und zeige euch kurz, was man damit zum Beispiel anpassen kann. Wir haben hier, ich mache mal den Pinsel ganz klein, hier haben wir eine leichte Delle. Das könnte zum Beispiel auch ein in der Nase ein kleiner Höcker sein oder eine Eindellung in der Nase. Das könnte im Ohr sein, dass da ein Stückchen rein ist. Das könnte aber auch in den Haaren eures Models, eures Kunden sein, was man verändern will. Ich würde jetzt den Druck hier ein bisschen runterstellen auf ungefähr 20, 18 bis 20. In dem Bereich arbeite ich ganz gerne und von der Größe etwas größer und kann jetzt ranziehen und kann vorsichtig diesen Bereich, also ich ziehe es nach außen und hier von der anderen Seite nach innen und kann hier diesen Bereich ganz schnell fixen. Mit der Taste H kann ich mir immer das Vorherbild anzeigen lassen, da sehe ich sehr schön, okay, das passt. Genau, hätte ich hier zum Beispiel an den Ohren diese Stelle hier, diese Krümmung, würde ich die gerne weg haben wollen und die Ohren etwas spitzer, dann kann ich auch hier einfach nachher gehen und den Bereich etwas spitzer machen. So, ganz einfach, das macht das Mitziehen-Werkzeug. Direkt darunter ist das Rekonstruktionswerkzeug. Damit kann ich Veränderungen wieder zurückholen und auch ganz langsam, also sprich, ich kann hier mit dem Mitziehen hier das Groß hier reinschieben und ich würde mit dem Rekonstruieren dann vorsichtig nur ein bisschen wollen, dann würde es auch passen. Das ist nicht sofort immer komplett zurückgesetzt. Zurück, komplett, komplett zurückgesetzt ist hier mit alles wiederherstellen. Einfach drauf, dann sind alle Änderungen wieder weg. Das nächste ist das Kletten-Werkzeug, das ist ein neues Werkzeug, das habe ich so noch nicht gesehen, weiß auch nicht genau, was es macht. Deswegen, ich habe versucht auf der Adobe-Seite zu gucken, da ist leider auch dieses Werkzeug nicht erklärt. Ich schätze, also ich habe ausprobiert, es ist etwas ähnlich oder fügt sich genauso, warte, ich mache das mal mit dem Druck etwas stärker, ist ähnlich wie das Rekonstruktionswerkzeug. Auch hier kann ich Dinge wieder zurückholen. Also wie gesagt, ich weiß nicht genau, was da der Unterschied ist. Wenn das einer weiß, darf das gerne in die Kommentare schreiben und mir genauer erklären. Vielleicht ist das ja ein ganz sinnvolles Werkzeug. Das nächste ist das Strudel-Werkzeug, welches ich persönlich noch nie genutzt habe, aber ich weiß, wie das funktioniert. Und zwar ist es so, dass mit dem Strudel-Werkzeug ein Strudel entsteht. Also wenn ich hier auf das Auge drücke, dann dreht sich dieser ganze Bereich, wenn ich gedrückt halte, dreht sich das immer, immer weiter. Ich habe keine Ahnung, wofür man das direkt gebrauchen kann, aber auf jeden Fall nutzen kann man, beziehungsweise man kann hier lustige Sachen machen, wollen wir aber nicht. Das nächste Werkzeug ist das Zusammenziehen. Das ist vielleicht ganz interessant. Damit kann ich Teile in einem Bild auf die Mitte hin schrumpfen lassen. Zum Beispiel könnte ich die Augen kleiner machen, indem ich hier vorsichtig draufklicke und könnte hier so ganz mini Augen draus machen. Während dem Falle würde das so ein bisschen nach dem Maulwurf ausschauen. Maulwurf-Conchi, sehr, sehr witzig. Aber ich könnte auch Teile von der Muskulatur, wie hier, etwas verkleinern oder hier die Muskeln an der Brust, beziehungsweise hier am Vorderkörper. Ich könnte die Nase genauso verkleinern und, ja, würde auch hier so eine, na, ja, Maus-Nase-Zahn, mach, keine Ahnung, so eine Maus-Nase draus machen. Nutze ich aber auch eher selten, sollte man auch mit Bedacht umgehen. So, das nächste ist genau das Gegenteil. Das Aufblasenwerkzeug, glaube ich, heißt das. Genau, Aufblasenwerkzeug vergrößert alles von innen nach außen. Hier kann ich zum Beispiel die Augen etwas größer machen. Auch hier vorsichtig mit der Dichte und der Rate. Wenn die Rate zu groß ist, macht die einen Klick und es macht Wuff und das Augewehr ist extrem groß, mache ich die Rate runter, dann ist, ist dieser, dann passiert das ganz langsam. Deswegen damit etwas aufpassen. Kann man aber auch zum Beispiel Ohren größer machen oder Brüste oder andere Sachen kann man damit größer machen. Mein Lieblingswerkzeug ist das Nach-Links-Verschieben-Werkzeug. Damit kann ich, verändert sich alles, wie bei einem Schneepflug kann man sich das vorstellen. Und zwar, wenn der Pinsel fährt, dann wird sich alles in die Fahrtrichtung, wie ich den Pinsel schiebe, nach links verschieben. Das ist am Anfang sehr, sehr kompliziert, aber man kann dadurch Rundungen abgleichen, wie zum Beispiel hier. Wäre mir das zu bullig oder zu muskulös, dann könnte ich hier einfach nach unten fahren und er würde in die Fahrtrichtung meines Pinsels die Pixel leicht verschieben. Oder hier, diesen Bereich. Und ich kann vor allem, das Schöne ist, ich kann Rundungen fahren. Also ich kann wirklich den Bereich abfahren, zum Beispiel das Ohr könnte ich etwas größer machen. Und zwar genauso, wie ich die Sache abfahre. Oder kleiner. Dann fahre ich das in so einer Biegung um und ich bekomme hier auch eine Biegung rein. Kann ich natürlich mit dem Mitziehen-Werkzeug, kann ich das genauso machen. Das wäre dann halt, da müsste ich aber, wenn ich das aufziehen will, an verschiedenen Stellen ansetzen und vorsichtig nach außen ziehen. Mit dem Mitziehen kann ich das etwas feiner machen. Das nächste Werkzeug ist das Fixierungswerkzeug. Damit kann ich bestimmte Bereiche im Bild fixieren. Also ich kann zum Beispiel hergehen und kann sagen, die Ohren sollen nicht verändert werden und kann jetzt mit dem, zum Beispiel mit dem Aufblasen-Werkzeug, das ist hier, könnte ich den Kopf größer machen. Ich lasse mal hier die Maske mal ausgeblendert, damit ich das besser sehen kann. Und das könnte ich den Bereich hier größer machen. Und man sieht, es verändert sich im Grunde nichts. Also die Ohren bleiben genauso, wie sie sein sollen. Das sieht ganz schrecklich aus. Das liegt aber an der Maske, weil ich das fixiert habe. Direkt darunter ist die Fixierung oder Maske-Lösen-Werkzeug. Damit nehme ich Teile wieder von der Maske weg, damit ich neu maskieren kann. Oder damit, wenn ich zu viel maskiert habe, dass ich das einfach weg machen kann und nicht die Maske noch mal komplett neu einmalen. So, das stelle ich alles wieder zurück. So, und alles ohne Maske, damit mir hier auch die Maske entfernt. Hier habe ich noch Masken-Optionen, dass ich hinzufügen, abziehen oder ähnliches kann. Da könnt ihr ja mal gucken. Dann hier, das Handwerkzeug ist klar. Damit kann ich das Bild nach oben, unten, links und rechts ziehen. Und mit der Lupe kann ich in gewisse Teile hinterein zoomen und mit der Alt-Taste auch wieder hinaus zoomen. Genau. Das war es eigentlich schon. Wie gesagt, seid bedacht mit dem verflüssigen Werkzeug. Macht nicht zu viel. Passt auf die Körperproportionen auf, dass das noch in einem realistischen Rahmen ist, dass wir nicht anfangen. Und am Ende, dass Leute, keine Ahnung, wenn ich die etwas schmäler machen wollen würde, dass die nicht am Ende wie eine Comic-Figur ausschauen, wie hier. Das wäre es schon, wir würden die schön dünn machen, alles super, aber im Grunde ist das ja so relativ unrealistisch. Interessant ist noch, bei der neueren Photoshop-Version gibt es einen neuen Haken, der heißt hier Kanten fixieren. Und zwar wird damit automatisch links und rechts, beziehungsweise oben, unten, überall wo eine Kante ist, eine Linie nach außen, wird der Hintergrund an der Kante festgehalten. Früher gab es das nicht, dann sah das immer so aus, wie ich jetzt zeige. Sprich, wenn ich von außen was weggezogen habe, dann hat sich auch automatisch das Bild wirklich vom Rand gelöst. Mittlerweile gibt es das Kanten-Fixierungstool oder Einstellung, dann zieht er quasi den Rand wieder ran. Muss man aber auch aufpassen. Ich zeige das mal ganz kurz hier an dieser Ecke. Das gibt nämlich Schlieren, wie man hier sieht. Weiß nicht, ob man das in der Aufzeichnung sieht, aber das gibt dann. Teilweise gibt es so feine Linien, da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, im Grunde wäre ich damit durch. Ich glaube, damit habe ich alles gelöst. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare oder so oder schreibt mir eine E-Mail und dann gucke ich danach. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020